Ich ran! Ich ran! Ich lasse die End mit uns taugt ranen. Hier wollen wir eine Gouden Titane und darüber Gott kennenlernen. Willkommen, liebe Apparewinter. Willkommen zu dem Programm, Ich ran. Danke, dass ihr von der Adobe warst, dass du dir eine Radio-Ehe schuld hast. Oder für dich, die auf YouTube sind, habe ich hier eine schöne Zeit. Von dir heilt mit mir meine Sester Monika. Und wir sind für meine, aber unsere Mom und Dad in der Spazierstube hier in Sommerfeld, Paraguay. So, willkommen, Monika, hierhin. Sehr viel Dank, schön. So, für dich, was uns nicht gerne persönlich, Monika ist meine älteste Sester. Und wir sind in einer Familie abgewachsen, wie wir eine Nähnchen, wie wir sieben Jünger sind, und zwei Miales, und sie ist ein von den zwei Miales. Wir haben eine sehr schöne Familie, wo ich sie kenne. Unsere äldre haben immer noch nie gehört, dass sie uns das Merk geben wollen, was es geht, noch zu verhalten. So gut, als sie wusste. Und auch, was sie uns Merk geben, haben wir uns noch zu verhalten, um auch zu dänen. Und das schadet sich sehr viel wird. Monika ist von dir auch eine Frau, und sie haben eine Frau, Arnold, und sie haben ein paar Tschengertaube, und sie sind ein Predialied, und eine Tjeik. Wir wollen noch mal hier hören, das ist ungefähr wer Monika ist. Was kannst du vertellen, wir wollen von dir auch mal bei der Jugend anfangen, was kannst du vertellen, was passiert im Campamento? Was wird das? Na ja, meine Äldre waren oben für Einladungen, und meine Äldre haben eine Einladung, die treten, damit wir ein Campamento fahren können. Und dann waren wir als eine kleine Gruppe, als fünf Jugendliche von Sommerfeld, und wir schreiben uns da an. Und das war dann der ganze Weg in Lucero, und das war interessant, weil man sagt, ich habe noch nicht euer erlebt, noch nicht euer mitgetragen, und jeden Tag wird ich gesungen, wird in der Predigt gehoord, und das Thema, das wir gerade bekommen, Jonas, und immer waren wir wieder froh, als wir uns identifizierten mit Jonas, als wir auch wollen bloß wachranen, und ich identifizierte mich ziemlich mit Jonas, weil ich weiß, wie von dir war, das wir wollen wachranen. Aber das ging sehr schön, wir hatten eine sehr schöne Weg, sehr, mir wird sehr viel nieet, was wir da leiden, vielleicht wird ein bisschen angewandt. Sehr angewandt, da werden so viele Leute, und so viele Menschen, die ich noch niemals hier sehen habe. Und das Interessante wird da, Harst Brunner wird ans Redner, und der hat die Gauw zu dichten. Und wenn wir dann ein Spiel gespielt haben, dann dichte ich von dort. Und lange zu dicht. Und dann, so weit ist das dann vieles. Und das war auch sehr interessant. Und wir haben ja lacht, über das Gedicht, das wird uns alle möglich. Und dann wird ein sehr interessantes Gedicht, wo wir kommen, und dann will ich das abschreiben. Und dann denke ich, Onkel Harst Brunner seine Stoff, wo er will, und fragt uns, wie wir uns das gerne aufschreiben, wenn es das wird erlaubt, dass wir das können aufschreiben, dann können wir seine Sachen mit den Husten nehmen. Und dann geht es auf WhatsApp, oder in der Chat. Nein, dann geht es auf WhatsApp, dann geht es auf Telefon, dann geht es aufschreiben, dann geht es aufschreiben. Ja, dann sagt mir, Onkel Harst, die checkt mich so an, und sagt, na jo, Monika, es ist ganz interessant, einfach mal von Sommerfeld, Menschen da haben, er hat auch viel von Sommerfeld gehört, aber er kennt auch die Menschen da. Und nun, dass wir da einfach mal, auch mitmachen, sagt er, und er hat mich all beobachtet. Und ich bin einfach so eine fremdliche Mial, sagt er, ich habe Jesus bestimmt im Husten. Dann hat er mich gefragt, und dann dachte ich, was will ich nun sagen? Sei, dort wird recht, wird ein Benne einfach gestemmt, oder legt ihr nun Glück fair, oder, was sag ich dir? Ich werde sagen, das ist ein Friedhelm, was er mich eigentlich so indirekt gefrügt hat. Und dann sehe ich bloß, checkte ich ab einmal so an, und dann sehe ich, ich habe nicht Jesus im Husten. Ich wurde das Jürgen hören, und mir ist die Bibel, so sehr wichtig war, und mir sind auch der Farsch, immer, dass wir uns so lost sollen, Gott drohen, und all das, wie mir immer wichtig ist, aber irgendwie, es ist ein Friedhelm, die ich wurde. Und dann sagt er, als ich daran twiehle, als Jesus gestorben wird, wird für mich. Nee, nee. Und dann sagt er, als ich twiehle, als ich sind da, wird, nee, nee, ich daran twiehle, ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich ein Zindas sehe. und dann fragte er mich, als ich will Jesus annehmen. Ja, ich will, ja, aber ich verstehe das nicht. Aber ich war in der Zeit. Und dann erklärte er mich, wie wir uns knallen, und wie wir, ich konnte ein Gebet noch sagen. Und dann sieht er das Gebet, dann für mich, für mich, und ich konnte das dann noch sagen, und dann, als wir dann vorige Gebet hatten, und dann sagt er, du bist nur eine neue Person, und du bist nur ein Gotteskind. Und das sperrt sich auch so. Das war alles so frei, und das war alles so leicht. Und, oh, dann, einer kann dir bloß noch ranen, und sich frei, und, ich weiß nicht, dass es so was gab. Und dann, was passiert dann? Und ich glaube, du hast deine seigere, seigere Amiga, eine seigere Freundin am Kampamento. Seigere Freundin. Und wir haben uns gerne gelesen, wir sind vom Chaco. Und wir haben uns alle sehr fremd gemacht. Und dann ging ich nach ihr, und dann sagte ich, du, ich habe mich bei den Hörsbrunnen, ich habe mich dir dichter geholt. Aber du, ich habe noch viel Rathlet erlebt, ich habe Jesus im Wort angenommen. Und hast du Freunde, und ich habe Jesus in deinem Wort, du hast immer Jesus in deinem Wort, ja? Und dann checkt er mich an. Die wissen nicht, was die sagen soll. Die wissen nicht, was passiert. Dann sieht sie, sie hören nicht. Wow. Und ich weiß auch nicht, was mit ihr anfangen soll. Ich weiß bloß nicht, ich verstehe euch der Haupt, ich habe noch mal die Rathlete getan. Und ich weiß gut, was ich damit nu anfangen soll. Aber ich entschulde mich dann, und sie sieht, ich wollte ihn nicht beleidigen, und will er auch nicht schlägefeile, aber ich konnte nicht stellen, was ich in der Rathlete getan hat. Dann gingen wir euch hinein, und ich leid es auf ihr. Okay. Und dann, was sie dann mit ihr? Na, sie, sie sieht mich, dass dann Lotha, die nächste Tag, sie sieht mich, und Monika, von dem Moment an, als du mich sagt, dass du Jesus im Wort hattst, dann leid mich die Frau nicht mehr, aber ich auch ging, und sie sagt, die Onkel Harstbrunner, Monika, die hat mich wortelt, und das will ich auch erleben. Und ich will auch Jesus annehmen. Und dann kam die, und dann umordet mich, und dann sagt sie, Monika, du bist die Person, und was wird mir den letzten Schubs, sie gibt auf, und ich habe das erlebt, dass sie auch ein Gotteskind. Aber da wird sie sehr happy, und die Freundschaft, die wir noch sehr viel enger, und sehr viel schöner, und irgendwie dann, lebt das Ganze ab, und von Sommerfeld, da betieh es sich, auch noch mehr, wenn man sagt, das Ganze, Das war noch eine wahre, eine geschlossene Zeit. Ja, das wird so ein ganzes. Erlebnis, was man nicht erklären kann, ja. Was passiert dann? Der nächste Weg, betiere sich ein Teil, oder was passiert? Die Sache, wie, diese Gruppe, die wir fahren, die betiert sich, und, als wir dann, so taub redet, heute, dann seht, wie so, wie möchte, irgendwie wieder, was im Glaube, und wir würden dann, eins, wo, nach der Bibelstunde, mit, das ist auch mit, gingen, meine äldren, wir waren ja auch längere, nach der Bibelstunde, voran, aber wir würden nun, hopen, dann, wie wir das vertellen, wie wir die Jugendlichen, mal das vertellen, was wir erlebt haben. Und dann, den ersten Abend, wir kommen, den Moondag, vermerdags, drei von Campamento, und den ganzen Tag, gingen wir dann, die äldren, das vertellen, und ich weiß, wie wir, dass, unsere äldren, dass wir alles, sehr interessant, wenn wir alles so nie, und meine äldren, wir haben auch ganz begeistert, von das Ganze, und dann, auf den Abend, und dann, 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 wenn ich, wenn ich, die Bibelstunde, was mitteilen, und dann, dann, ich, meine Beziehung, mit, und dann, kommen, immer meine Jugendlichen, und, und, wie, das ist eine Sache, was, eine bloß erklären kann, das ist, das, was Gott hat. Wir können, die Scheinheit, verändern, über das, was der Helle ist, und, in einer Zeit, und dann, auch nicht, schnell ist, was Gott, in seiner Leben, da, und dort, schlägt Wahlen, und dort, schlägt Wahlen, und da, immer, meine Jugendlichen, wird sich betieren, und, irgendwie, diese Freiheit, wird, wie Taubhörer, und, das, wir, wir, wir haben so viel, dort, spätestens, wir, die ganze Welt, wir, die ganze Welt, vertellen, was wir, da, wir können, auch, schierlich, stau sein, dort, 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 eine sehr schöne Zeit, und, wir, sehr, ich würde sagen, wir, eine sehr enge, Freundschaft, einen mit den anderen, wenn es, wir, so dicht, erlebte, und, das, neue Leben, dort, wir, selber, scheinen. Wow, so, ich habe, das, dann, kommt, überfüttest, so, dann, ein Simultat, kommt, Flächenschlag, trägt, dann, kommt, ein wahrerstand, oben, du, von, wie wir, das nächste Mal, reden, du, we, wir, können nicht, Monika, erleben, ganz von dir, vertellen, so, das nächste Mal, was wir, wo sie, warerstand, erlebt, hat, hat sie, noch ein, andere, interessante, Sachen erlebt, so, von dir, möchte ich, die, danken, zuhörchen, ich möchte, Gott, sein, wenschen, und, das, wenscht Monika, die, auch, das, sein, von Gott, und, Frau, selbst, habe ich, Jesus, und, wann, du, hast, dann, Juch, und, Freude, und, Rah, so, Monika, auch, teide, so, Gott, sein, und, bet, das nächste Mal, ciao, ciao, Dankeschön, dass du von dir auch dabei wirst, wenn du Frauen hast, wort Metteile wirst, oder ein Zeugnis hier wirst, dann schriev ans im Whatsapp nur, meierteken 591 77 88 firefire 79, oder schriev ans im Facebook, oder ein E-Mail, nur ekran at gmail.com.